Testautomatisierung ist zukünftig der Schlüssel für Unternehmenserfolg. In nahezu jeder Branche und nahezu jedes Unternehmen hat die Herausforderung, der Digitalisierung zu meistern. Und nicht etwa die Technologie ist der Schlüssel zum Erfolg, sondern tatsächlich die Testautomatisierung. Testautomatisierung ist eine von Möglichkeiten der rasante Entwicklung der IT-Industrie, der rasante Entwicklung der Digitalisierung zu begegnen. Wir haben uns auf das Thema spezialisiert und wir glauben, dass es kaum jemand gibt, der diese Leidenschaft dem Thema widmen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017